Hi, ich bin Moritz. In diesem Video gucken wir uns ein paar Aussagen von CEOs und Führungspersönlichkeiten in traditionellen Autokonzernen zum Übergang zur E-Mobilität an, um die Herausforderungen, die diesen Unternehmen bevorsteht, besser zu verstehen und ihr guckt MBT. Das ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, sondern nur Entertainment. Die Herausforderungen, vor denen OEMs stehen, sind offensichtlich verdammt groß. Autohersteller müssen gleichzeitig ihre noch unprofitable E-Auto-Produktion hochskalieren und währenddessen ihre Verbrennerproduktion, mit denen sie all ihre Gewinne machen, runterfahren. Es ist schon extrem schwierig, die E-Auto-Produktion allein zu skalieren und Volumen zu erreichen, mit denen man den Profit erzielen kann. Dabei allerdings noch die alte Verbrennerproduktion, mit deren Gewinnen dieser Übergang finanziert werden soll, runterzuschrauben, wodurch Skaleneffekte verloren gehen und der erzielte Gewinn immer kleiner wird, ist noch schwieriger. Dazu kommen für diese Unternehmen noch alte Fabriken, Werkzeuge und Arbeiter, die in der E-Auto-Produktion keinen Nutzen haben, die den Übergang so noch komplizierter machen. Diese Skalierung einer noch größtenteils unprofitablen Produktreihe und das gleichzeitige Herunterfahren der gewinnbringenden Produkte ist ein extrem schmaler Grad, den Hersteller balancieren müssen, um den Übergang zu überleben, ohne bankrott zu gehen und das E-Auto-Geschäft zur Profitabilität zu bringen. Es ist eine Sache, überzeugende E-Autos herzustellen. Es ist allerdings eine völlig andere Sache, diese profitabel und in hohem Volumen zu produzieren. Das ist etwas, was kaum ein Hersteller bisher geschafft hat. Und hier liegt die wahre Herausforderung. Überzeugende E-Autos können einige Unternehmen neben Tesla herstellen. Keine Frage. Allerdings müssen sie das auch profitabel tun, damit ihr Business nicht zusammenbricht. Das ist, worauf es ankommt. Einigen Auto-CEOs ist das mittlerweile bewusst geworden und sie sind auch bereit, öffentlich über die Schwierigkeiten, die mit diesem Vorhaben verbunden sind, zu reden. Das ist ein gutes Zeichen für ihre Unternehmen, da sie jedenfalls wissen, was zu tun ist und sich so in die richtige Richtung bewegen können. Was allerdings noch lange nicht bedeutet, dass sie den Übergang auch überleben werden. Also werfen wir mal einen Blick auf ein paar Kommentare von Auto-CEOs zum Übergang zur E-Mobilität, um diese Herausforderung besser zu verstehen. Im Januar hatte VW-CEO Herbert Diess ein Interview mit The Verge, bei dem er ein paar einsichtsreiche Kommentare abgegeben hat. Das Interview war auf Englisch. Ich war mal so frei, seine Anmerkungen zu übersetzen. In der Beschreibung findet ihr einen Link zum Originalinterview. Diess wird hier gefragt, worauf sich seine Behauptung, dass VW 2035 keine Verbrenner mehr verkaufen wird, stützt. Und wann er wohl denkt, dass VW genügend Batterien zur Verfügung hat und die Ladeinfrastruktur ausreichen wird? Hier seine Antwort. Die Umstellung auf E-Fahrzeuge ist mit gewissen Einschränkungen verbunden. Ich denke, dass der Plan, bis 2030 einen Anteil von 50% E-Autos zu erreichen, extrem ehrgeizig ist. Wenn wir hier in Europa einen Marktanteil von etwa 20% haben, brauchen wir 6 Gigafactories, um für diesen Marktanteil unser Ziel von 50% E-Autos beizubehalten. Diese Fabriken müssten bis 2027 und 2028 in Betrieb sein, damit wir unser Ziel für 2030 erreichen können. Das ist so gut wie unmöglich zu erreichen. Dies hält es also nicht nur für extrem ambitioniert, 2030 einen Anteil von 50% Elektroautos zu erreichen, sondern für so gut wie unmöglich. Das ist wichtig zu verstehen. Es ist jetzt schon billiger ein Elektroauto zu besitzen. Und der Kaufpreis für ein E-Auto wird 2025 unter den von Verbrennern fallen. Wenn E-Autos billiger zu kaufen und zu betreiben sind und bessere Eigenschaften, Leistungen und Funktionen haben. Wer wird dann diese Verbrenner kaufen, die selbst 2030 noch über die Hälfte von VWs Volumen ausmachen sollen? Wie dies gesagt hat, es wird so gut wie unmöglich für VW sein, bis 2030 die Hälfte des Volumens als E-Autos zu produzieren und gleichzeitig ihren Marktanteil beizubehalten. Was wirklich wichtig ist, ist, welches Volumen VW produzieren und verkaufen kann. Er hält also eine Produktion von 50% E-Autos, in VWs Fall also 5 Millionen, für extrem ambitioniert und so gut wie unmöglich. Gehen wir mal davon aus, dass VW 40% des heutigen Volumens 2030 als E-Autos produziert. Das wären immerhin 4 Millionen Elektroautos. Im Vergleich dazu, so viel wird Tesla vermutlich 2024 produzieren. VW erwartet dieses Volumen 2030. Und wenn 4 Millionen Autos elektrisch sind, müsste VW 2030 immer noch 6 Millionen Verbrenner verkaufen, um ihr heutiges Volumen von 10 Millionen Fahrzeugen aufrechtzuerhalten. Und das, obwohl E-Autos 2030 für 5 Jahre bereits nicht nur das bessere, sondern auch das deutlich billigere Produkt sein werden. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass VW 2030 geringere Volumen als die heutigen 10 Millionen produzieren wird. Ich habe großen Respekt vor unserem Team, dass sich diese Herausforderung stellt, da es keine leichte Aufgabe ist. Man muss alle Maschinen und Werkzeuge kaufen. Man muss die Anlagen bauen. Man muss die Standorte finden. Man muss die Leute ausbilden. Man muss dafür sorgen, dass die Versorgung mit Rohstoffen gesichert ist. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Es müssen riesige Mengen an Rohstoffen bewegt werden. Das wird nicht einfach. Und dann von 50% auf 100% zu kommen, ist immer noch eine gewaltige Herausforderung. Es reicht nicht aus, einfach zu sagen, lasst uns Verbrenner abschalten. Das ist einfach unmöglich. Der Ausbau der E-Auto-Produktion ist extrem aufwendig. Und es gibt eine Menge Probleme, die dafür gelöst werden müssen. Das erfordert eine Menge Planung, aber auch schnelles Handeln, da die Konkurrenz nicht stillsteht. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es sich hier um Unternehmen handelt, die seit Jahrzehnten mehr oder weniger gleich geblieben sind. Und nun Veränderungen auf einem Level durchmachen müssen, das sie noch nie erlebt haben. Sie kommen quasi aus dem Stillstand und müssen ein ganzes Unternehmen von Grund auf komplett umgestalten, um nicht bankrott zu gehen. VW plant große Investitionen, um den Übergang zu schaffen. Insgesamt sollen über die nächsten 5 Jahre etwa 73 Milliarden in Zukunftstechnologien investiert werden. Das ist fast so viel, wie das Unternehmen an der Börse wert ist. Allein für die Digitalisierung sollen 27 Milliarden Euro genutzt werden. Auch um beispielsweise den Eigenanteil an VW-Software von 10% auf 60% zu erhöhen. Der bisher 10%ige Eigenanteil an Software zeigt, wie abhängig OEMs von ihren Zulieferern sind. Sie entwickeln fast keine Software selbst und haben in diesem Bereich kaum Expertise. Zulieferer liefern Bauteile und stellen auch die dafür notwendige Software zur Verfügung. Die in den Autos genutzte Software soll aber jetzt von VW standardisiert werden. Momentan handelt es sich hier um einen Mischmasch verschiedener Softwarepakete von Zulieferern, die zusammengeklebt werden. Im starken Kontrast dazu steht Tesla mit purer Silicon Valley DNA, die Softwareentwicklung zu 100% selbst übernehmen und sie mit dieser Expertise nahtlos in ihre Fahrzeuge integrieren. Aber eben nicht nur die Skalierung, sondern auch die damit verbundenen Produktionskosten pro Auto bereiten Herstellern Probleme. Carlos Tavares, der Vorstandsvorsitzende von Stellantis, einer Holdinggesellschaft, die die Automarken Fiat, Chrysler, Opel und einige andere beinhaltet, hat im Earnings Call erwähnt, dass es Stellantis zwischen 40 und 50% mehr kostet, ein E-Auto im Vergleich zu Verbrennern zu produzieren. Regierungen und Investoren wollen, dass Autohersteller den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen. Aber die Kosten überschreiten die Grenzen dessen, was die Autoindustrie tragen kann. Beschlossen wurde, der Automobilindustrie eine Elektrifizierung aufzuzwingen, die 50% Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Fahrzeug mit sich bringt. Wir könnten auf keinen Fall 50% der Mehrkosten auf den Endverbraucher abwälzen, weil große Teile des Mittelstands nicht zahlen können. Autohersteller könnten höhere Preise verlangen und weniger Autos verkaufen oder niedrige Gewinnmargen akzeptieren. Die E-Auto-Produktion ist für traditionelle Hersteller immer noch deutlich teurer als die Verbrennerproduktion. Und wie Tavares hier gesagt hat, bleiben ihnen damit nur zwei Optionen. Preise erhöhen und deutlich weniger Autos verkaufen oder niedrige Gewinne und in einigen Fällen sogar Verluste akzeptieren. Keine beneidenswerte Position. Und während Stellantis Produktionskosten für Elektroautos 50% über denen für Verbrenner liegen, glauben sie trotzdem noch, dass sie 30% effizienter als andere Hersteller in diesem Bereich sind. Die meisten Hersteller machen folglich kaum Gewinne oder sogar Verluste mit Elektroautos. Währenddessen erzielt Tesla Margen von 30% und hat so eine große Preissetzungsmacht. Um E-Autos zu einem vergleichbaren Preis zu verkaufen, müssen OEMs ihre Produkte mit Verlust verkaufen. Das macht es buchstäblich unmöglich Tesla einzuholen, ohne dabei bankrott zu gehen, da ihre Ausgangssituationen so verschieden sind. Entweder sie verkaufen ihre E-Autos deutlich teurer, in kleineren Volumen, oder sie verlieren während der Skalierung mit jedem Auto Geld und bluten langsam aus. Und das während ihre Verbrennerverkäufe, mit denen sie ihre Gewinne machen, kollabieren. Es ist, wie gesagt, eine extrem schwierige Balance. Teslas Vorsprung aufzuholen ist nicht mal eine Option. Es geht ums nackte Überleben. Gucken wir uns jetzt noch ein paar Kommentare von Ford CEO Jim Farley an, der der Meinung ist, dass Ford's Business nicht genug Geld verdient und sie nicht die nötigen Fachkräfte haben, um den Übergang zur E-Mobilität zu schaffen. Wir haben zu viele Angestellte, wir haben zu viele Investitionen, wir haben zu viel Komplexität und wir haben kein Fachwissen für den Umbau unserer Anlagen. Verbrennerfachkräfte und die digitalen EV-Fachkräfte sind unterschiedlich. Man kann von Verbrennerfachkräften nicht verlangen, bestimmte Dinge zu tun, da das einfach zu lange dauert. Um die Margen zu erzielen? Nicht nur die Volumen, sondern auch die Margen, die wir bei einem Unternehmen wie Tesla sehen, brauchen wir echte Experten, die diese Skalierung vorantreiben können. Ich kann mich nicht an die Verbrennerabteilung wenden und sagen, sei Tesla. Das ist ein unterschätztes Problem. Ingenieure und Fachkräfte generell sind der größte Engpass für Unternehmen, da sie es sind, die Pläne in die Realität umsetzen. Man kann noch so viel Geld auf ein Problem werfen. Wenn man keine kompetenten Fachkräfte hat, die mit diesem Kapital gute Ideen umsetzen können, ist das sinnlos. Ein Unternehmen ist nur eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam koordinieren, um Probleme zu lösen. Überlegt mal kurz, wer ein besseres Auto bauen würde. 10 mittelmäßige Ingenieure mit 10 Millionen Euro oder 10 erstklassige Ingenieure mit einer Million Euro. Expertise. Talentierte und fähige Ingenieure und Fachkräfte sind, was wirklich wichtig ist. Farley versteht das. Und traditionelle Hersteller haben eben nicht die nötigen Experten in den wirklich wichtigen Bereichen, Batterietechnologie und Software. Und die zu bekommen ist alles andere als einfach. Noch dazu kommt, dass Fachkräfte, die auf Verbrennermotoren spezialisiert sind, für diesen Übergang der traditionellen Hersteller eher ein Hindernis als einen Vorteil darstellen. Und auch für den Umbau von Verbrennerfabriken haben sie, wie Farley gesagt hat, einfach keine Expertise. Ford versucht auch, die Kosten ihres Vertriebssystems zu senken, das laut Farley einen Nachteil von 3000 bis 4000 Dollar pro Auto gegenüber dem Direktvertriebsmodell von Tesla ohne Autohändler hat. Das ist ein Beispiel dafür, was Farley mit zu viel Komplexität meint. OEMs haben so viele verschiedene Nachteile und Trägheit, was ihnen den Übergang erschwert. Neben Fabriken, Equipment, Belegschaft und Finanzen kommt auch das bestehende Autohändler-Netzwerk dazu, was eben einen Kostennachteil für die Hersteller selbst bedeutet und die Kauferfahrung für Kunden nicht gerade angenehm macht. Ohne Autohändler macht Tesla so mehr Gewinn pro verkauftem Auto und Kunden können ihr Auto reibungslos im Internet bestellen und sehen direkt, wie teuer der Kaufpreis sein wird. Ford hat offensichtlich vor, einen ähnlichen Weg zu gehen und Autohändler aus diesem Prozess zu entfernen. Sobald das Unternehmen die richtigen Leute einstellt und umstrukturiert, ist Farley optimistisch, was die Wachstumsaussichten von Ford angeht. Hier müssen wir genau aufpassen, was Farley sagt. Sobald das Unternehmen die richtigen Leute eingestellt hat und umstrukturiert, ist Farley optimistisch. Was wohl heißt, dass er jetzt nicht gerade optimistisch ist, was aber auch kein Wunder ist. Die Frage ist, ob Ford und andere traditionelle Hersteller rechtzeitig umstrukturieren und die richtigen Leute einstellen können, bevor sie bankrott gehen. Die monumentalen Herausforderungen für traditionelle Hersteller liegen auf der Hand. Der Übergang wird extrem schmerzhaft und die überlebenden OEMs werden ihre Produktionsvolumen drastisch reduzieren müssen. Vielleicht können einige ihr Elektroautogeschäft im Laufe der Zeit wieder auf ihre frühere Größe hochfahren. Aber ich würde jetzt noch nicht drauf wetten. Die besten Zeiten für die meisten OEMs scheinen vorbei zu sein. Eins möchte ich noch klarstellen. Ich möchte auf keinen Fall, dass die alteingesessenen Autokonzerne bankrott gehen, da das eine Menge negative Konsequenzen haben würde. Und dieses Video soll auch keinen entmutigen, der in einem dieser Unternehmen arbeitet. Ich teile hier nur meine Gedanken über die damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten. Ich habe massiven Respekt vor den CEOs, die sich dieser extrem schwierigen Aufgabe stellen. Genau wie vor all ihren Mitarbeitern und Unterstützern. Ich hoffe wirklich, dass sie ihr Bestes geben und mir zeigen, dass ich falsch lag, da sich eine Menge Menschen darauf verlassen. Diese Herausforderung ist alles andere als einfach. Aber der Fakt, dass die Führung dieser Unternehmen die damit einhergehende Probleme begriffen hat, ist ein gutes Zeichen. Danke fürs Zuschauen, Gang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.